hallo guten tag und dorba dan hier auf meinem kanal ich bin jan jugo und ich freue mich dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe euch geht es gut und ich hoffe dir geht es auch gut denn hier ist er wieder der einzig wahre der einzigartige rolex daytona wie geht es sehr gut mein freund ich freue mich dass wir wieder zusammen zocken und ich habe eine frage an dich und zwar als wir damals angefangen haben du erinnerst dich staffel 6 da war ja das waren unsere anfänge damals da war die map aniken die permanente map damals kannst du dich noch erinnern ich wünsche dass wir wieder so man konnte immer wenn man egal wenn man das spiel angemacht hat man konnte immer einigen spielen das war schon gut also ich fand es gut vor allem weil aniken eine geile map ist da konnte man auch alles pushen egal was sei es ist heute technisch da kommt so gute waffen looten da waren viele gegner so das war multi-kulti eigentlich richtig gut im app vor allem auch wenn diese polarstern und da waren dieses ganze am anfang noch neu angefangen hat man hat große augen gemacht ja ja das war schon richtig gut also das wetter ist auf jeden fall sehenswert auf aniken die map ist sehenswert und wir hoffen auch dass die folgende runde jetzt sehenswert wird wir starten direkt rein auf eine partie auf eine kennen bist du bereit ja natürlich dann sage ich viel spaß und jetzt let's go drei solos ein trio und ein duo und wir beide und wir beide gucken wir direkt hier überhaupt da welche sind ansonsten gehen wir hier direkt hin ok manchmal spawnen die direkt hier weißt du kannst die mal mitnehmen bleiben manchmal afk sogar noch das ist so krass dass das so nah beieinander liegt oder ja ja die werden schlagen gehen weiter wie gehen weiter pio sollen die sich dann mal die köpfe einschlagen einschlagen genau rolex rolex ich werde beschossen aber ich weiß nicht danke meine rettung ja nee du weißt doch weil ich war fixiert ja weil da hinten sind auch noch welche siehst du ja den kannst du gleich dann loten war der alleine das waren solospieler dann anscheinend ja hoffentlich ja ich gehe da mal hin weil ich brauche ein bisschen heilung oder sowas ja geh mal weil ich habe meine antibiotika auch schon nehmen müssen ich kann dir dabei nicht helfen mehr warum hast du das schon genommen er hat mich auch angeschossen er hat auch schon meine fatten vermitteln ok bist du das aber ja hat sich gelohnt der hat sich alarm oh mann schade dass wir uns jetzt gerade so trennen müssen aber ich muss jetzt mal ganz kurz hier rein ja 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 alles gut dann ja ja ich komme gleich wieder ich habe auch noch ein adrenalin ich kann jetzt gleich wieder herren easy benutzt den noch nicht ich bin hier noch ich halte mich in der deckung ok er hatte svd ja ja die shepherd krass die bombardieren sich hier mit mörser ja ich sehe das von hier ich habe auch mörser soll ich mal irgendwie mit mörsern ne ich weiß gar nicht wo die sind ja ich gehe hier erstmal auf dem dach vielleicht sehe ich von hier aus mehr ne die sonne ne die haben das so gut gemacht mit dem effekt das sieht geil aus ich brauche eine sonnenbrille richtig ja das finde ich auch richtig cool gemacht es ist auch bei anderen menschen aber hier auch besonders geil als ob man wirklich in die sonne guckt ne so du warst doch heute in der sonne sieht genauso aus oder das sieht original so aus irgendwie spielst du denn die hitze gerade in meinem gesicht das ist verrückt oder dass man das manchmal wirklich denkt oder ja also vielleicht also hast du jetzt auch fast gesagt und aber manchmal ist das wirklich so er ist so ich schwere manchmal ist das so ganz kurz das ist also denkt so wow das ist richtig warm in der sonne aber ist natürlich quatsch nur weil das gehirn das so verknüpft hat wenn man in die sonne guckt so sieht es aus so die sind hinter dem detektor gewesen ja da hinten aber ich sehe die nicht ich auch nicht sonst hätte ich ja schon gesagt du weißt doch du bist doch auf dem dach am chillen ja 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 bisschen ein auf schlingermodus aber wir müssen die alles unter kontrolle haben ich nehme meinen finger weg ja ja ich habe ich sehe sie ich habe gesehen ja ich sehe die auch was wird jetzt wäre denn nur noch zwei sekunden da noch nicht mal bist du tot nein achso du bist noch da ich dachte gerade hä ich habe den ganz kurz gesehen wo ist er denn jetzt da kommt jetzt mein mörder drauf patsch patsch ich habe auch noch einen oh ja sehr gut ich schiebe mal einen auch dahin ja wichtig und richtig ach schwierig die so zu positionieren ja 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 ich gehe noch kurz hier rein in die hütte wenn du willst komm mit rein die sind immer noch beim ich mörser da mal gerade hin ja Hauptsache die wählen sich da jetzt gleich mal ein bisschen weg hm keine hits okay Tresor wird geknackt wie bitte ja das sind die doch oder ne das sind die nicht die sind ja beim Detektor hier aha ja ja also ein Behälter oder äh Tresor lass die den Tresor einfach mal aufknacken lass mal keinen Zeitdruck machen lass uns warten weil die müssen ja auch wie wir von der Insel weg kommen also was machen wir jetzt wir gehen jetzt hier zum Behälter okay dabei sehe ich die hier beim Tresor ich sehe die verdammt echt ja die laufen um das Haus rum jetzt nicht mehr ne jetzt nicht mehr ich habe SVD ich versuche da nochmal rüber zu gucken ach schade ich sehe da jetzt sind die hinterm Haus naja ja nein okay sauber hit 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 ja das war es auch mit hit das war es dann schon ja Mörser ist kann Lila ruhig werden sag ich dir ehrlich ja es ist kein kein Goldmörser mhm stimmt ja gut okay dann Container jawoll ich bin ja auch schon mal im Behälter ich check mal hier ab ich bin mal einmal sicherheitshalber okay nein okay ich bin dabei auf zwei okay ja ich sehe ihn nicht ich sehe ihn hier Jan kannst du ihn mitnehmen bitte ich weiß nicht ja hab ihn danke dir danke für den Kill Rolex sehr gut gemacht ach sehr gut sehr gut dir ein bisschen Spiel mit dem herzlich willkommen bei Vigor boah er hat den Behälter schon ne hier ist das Tape drin ja das kann sein dass er den schon mitgenommen hat ja ich guck mal ob ich denke was ich sehe okay was denkst du alter gehen die nach rechts oder nach links raus ich denke nach rechts oder wo Draht ist oder meinst du haben die nach hinten hin zu gehen gute Frage ich glaube die gehen da raus was die auf Tasche haben also wenn die Draht haben lass uns dann lass uns dann 50-50 Chance machen und welche nimmst du welche Seiten also Richtung Draht ja ich hab auch noch einen Ping zwei sogar ich kann ja auch nochmal ping ja ich hab auch noch einen das ist sehr gut dann kannst du ja einen Sicherheitsping machen ich check jetzt ab wo die sind Moment die sind vorne an der Scholle beim Haus ja ja sehr gut dann haben sie sich ja noch gar nicht bewegt doch die müssen da irgendwo unten an am Wasser sein ich seh die aber nicht ich bin grad ein bisschen bei mir ist grad ungünstig mit Sichtweise ja ich seh hier nur Berge ja weil hier jetzt rechts kommen sie auf jeden Fall nicht also können sie schon raus aber erst mal an mir vorbei weil ich bin jetzt schon hier auf der Insel das heißt sie müssen hier entgegen kommen eigentlich aber auf eins ne hab ich den gepinkt ja ja ich weiß ok ich geh außen rum so ein bisschen weißt du mhm falls sie jetzt hier rum kommen wollten aber ich ping jetzt auch einmal ja ja die sind immer noch hier Jan auf zwei die müssen da irgendwo sein ja ich seh die sind ja ich seh ihn hit 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 hab ihn sehr gut Jan boah der war richtig geil warte ich werde beschossen hier gehts noch weiter komm zu dir äh ich werde beschossen aus 105 irgendwo das waren die äh Sigi Leute die sind zu zweit äh siehste ja ja aber dann sitzt einer weiter links irgendwie einer muss irgendwo links im Meer so ja die sind zu zweit dann wahrscheinlich ja ja auf jeden Fall oh der Airdrop kommt ja auch hier direkt sehr gut hab ich gesehen hab ich gesehen wo bist du aber was machen die denn da hinten das frage ich mich ja ich frage mich wo der andere ist der grad auf mich geschossen hat ich ping jetzt nochmal ja hä ja ok der ping auf eins komisch komisch ja das kann sein ja loote du mal deinen Kill der hat äh Tresor ahja ok ja aber den Airdrop nehm ich erstmal nicht mit mhm weil ich glaube die zwei ich sehe sie sogar ich glaube es nicht halt ich hoffe ich krieg die jetzt noch ich komm mit ich wärs auch hier hinten hab ich sie gesehen Jan kurz vorm Exit ok ich geb richtig Gas hier noch mit Adrenalin ja ist auch noch zu hat jemand den Airdrop da ist jemand mit Airdrop gestorben das war dein Kill glaube ich echt? kann sein da liegen zwei Stück erstens zweitens dann hat der Tarnfeld auf jeden Fall drauf ja genau stimmt ich lauf dir jetzt gerade einfach hinterher ja Jan ich hab den auf jeden Fall hier gesehen aber jetzt gerade nicht mehr ist hier das Exit direkt vor uns? ja siehst du die sind hier sogar ja die sind hier irgendwo ja vorsichtig stecken bestimmt hängen bestimmt irgendwann an der Felswand oder so ja ja deswegen das Ding ist die kommen hier jetzt nicht weg verstehst du die kommen hier jetzt nicht weg mhm wir sehen das ja wenn die da auf die Insel gehen sehen wir das ich geh mal ein bisschen weiter nach links Jan dass die nicht nach links abhauen ja also warte ich seh warte oh die haben sogar den Schatz schon ausgegraben die sind den Schatz hier gewesen hast du noch einen Pingyang? ne aber waren die nicht hier beim Exit gerade mit ja die Krämen waren doch auch da ja deswegen die müssen doch jetzt hier noch irgendwo sein hier wir haben die doch nicht weglaufen sehen die haben sich nicht bewegt und nix ja ja guck die sind doch hier irgendwo die verstecken sich hier bestimmt hinter den Felsen warte ich schweiß da mal eine Strahlengranate hin so Patsch ah ein bisschen zu weit gefetzt aber egal die ist da hab ihn mit der SVT er war so richtig weggefetzt ich wäre bravo mein Freund bravo es war wichtig meinst du es der letzte? das war der letzte glaube ich ja ok sehr gut Jan sehr gut pfff jo der hat eine PH dabei wenn du die gleich willst und der hat den Schatz auch also wir brauchen nicht mehr hingehen ja der hat hier noch Shams vergessen aber ich glaub diese Schatz da war noch was drin wenn ich mich nicht äh ich guck mal ganz schnell ja dann schau mal nach in Ruhe boah krass man das war sehr gut Jan die SVD wenn die sitzt dann sitzt die aber ja die Shepard das war eine Revolver Komponente die hab ich mal eingesteckt ja klar das war auch kein Mensch so jetzt holen wir uns doch schnell den Airdrop oder ist das zu knapp die Strahlung guck dir das an also ich hab keinen Jod und ich hab nur eins glaube ich ich hab zwei aber es ist zu riskant lass uns den Airdrop lass uns einfach hier raus ja obwohl das Excel ist komplett verstrahlt wir müssen doch wohl wir können links so weit wie möglich links rum ich glaub das geht ja 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 ach Mensch jetzt liegt da auch noch mein Kill mit dem Airdrop ne so war das doch oder? ja ah naja was solls man kann nicht alles haben hast du den in der Box nicht gesehen? ich hab den nicht gelootet ich hab den nicht gelootet ich bin dir hinterher ach soo ja ja naja aber trotzdem war ne richtig gute Runde manchmal ist das so ja top sehr weise Worte mein Lieber man muss manchmal verzichten aus dem Verzicht kommt wahre Stärke und der Gewinn oh auch sehr weise auch sehr weise Freestyle Philosoph App dafür war gut das war auf jeden Fall wieder ne richtig coole Runde mit meinem Man Rolex und ähm ich finde auch Anakin macht mit dir richtig Spaß die Map ist geil zu zweit ich finde sogar das ist ne Duo Map das ist voll ja ne eigentlich ist das ne richtig gute Duo Map also da könnte man öfter als Duo rein komplett machen wir auch demnächst wieder ich hoffe ihr hattet auch Spaß sehr gerne und wenn ihr irgendwas kommentieren wollt Rolex liest auch immer fleißig mit und kommentiert sonst besucht auch den Kanal von Rolex Daytona Bra einfach auf YouTube eingeben und dann findet ihr das ansonsten einfach bei mir in die Videobeschreibung gucken da ist der Link und wir sagen bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Colegio Ciao 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 Ciao